okay let's go barba is you geht weiter 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 barba ist dann müssen wir mal gucken wo waren wir stehen geblieben mit controller war das ja die einsame in so einmal level 0 und dort gedicht gedicht da haben wir denn ja die rose ist rot violett ist blau flagge so hin und bauer bist du und die wall ist stop so wenn wir das alles jetzt eine unten schieben dann bringt uns das irgendwie gar nichts wir sind die flagge so das geht nicht okay was hat das mit den rosen zu tun jetzt sind wir die flagge okay wir sind jetzt die flagge und die anderen werden okay so wenn wir tot okay okay wir müssen also alles wir müssen das auch irgendwie hochschieben oder runterschieben oder so ne 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 das fängt ja schon mal gut an ne wenn ich den hoch schiebe dann sind wir tot da sind wir tot und so sind wir eine flagge und ebenfalls tot weil wir können als flagge nichts machen so wenn wir runter gehen tot und wir runter gehen unnötig wenn wir so machen dann geht das aber was mache ich denn mit dem ist wenn ich denn jetzt dahin steht das bringt ja gar nichts hier also so hätten wir ein ist übrig so hätten wir auch ein ist übrig warte mal so ja warte warte wir brauchen noch ein ist so ne die flagge ist blau steht da ja jetzt das macht ja gar keinen sinn äh äh wir wollen warte mal so also wir müssen wahrscheinlich ich gehe mal davon aus wir müssen wir müssen wir müssen das irgendwie machen dass die rosen zum beispiel win sind oder Aber, hä? Ich kann ja machen, was ich will, dass... Hä? Nochmal von vorne. Okay, lass mal mal überlegen. Von wegen, worin ich gut bin, ist hier. Hä? Was müssen wir denn machen? Ich verstehe das nicht. Hast du eine Ahnung? Also, was ich ja glaube, ist ja irgendwie so. So, den da reinschieben, damit er weg ist. Baba ist Wynn. Ha! Wir waren jetzt die Flagge und haben Baba zum Wynn gemacht. So, nämlich... So, nämlich... Grapp! So, jetzt kommt es Navidad. SagntЕН Tag! Untertitelung des ZDF für funk, 2017